Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem wundervollen neuen Video auf diesem Kanal. Wieder mal Naruto Shibuden Legends Akatsuki Rising. Das letzte mal haben wir den Kampf hier verloren gehabt. Und machen wir direkt weiter. Ich kämpfe natürlich weiter mit Kashi, weil ich den am meisten gewohnt bin. Und er ist eigentlich auch... Ich glaube es ist keiner der in höhere... Ah doch, er hat mittlerweile ein höheres Level. Ja, aber er ist im Prinzip der mit dem höchsten Level bei uns. Also sowieso nicht. So, einmal Gakura. Und wie genau. Und zack. Ach, jetzt ist das so. Ach jetzt. Also bis zum Kampf sollte man eigentlich alles überspringen können, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ok. So. Jetzt müssen wir direkt in den Kampf gegen Delderer kommen. Ihr habt ja das letzte mal extremst genervt. So. Da wird mit dir. Wer mit dir. Wer mit dir. Dann gehts erstmal. Ist das alles was du kannst, ne? Achja, wir hatten ja gegen Sasori verloren gehabt. Gegen die Puppenform von Sasori. Meine ich. Oh, der Delderer ist irgendwie überhaupt nichts. Komm her. So, jetzt muss ich mich kurz aufladen. Oh, das lässt sich schön bleiben. Oh, das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert. Ah, fuck. Lass das mal. Und direkt nochmal. Und direkt nochmal. Und direkt nochmal. Und nochmal. Ich sollte mich auf jeden Fall gleich mal heilen. Bevor wir den Kampf mit Sasori gehen. Okay. 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 Ich muss kurz die Spinne auswählen. Sonst wird das nichts. Mann, lass das doch. Ach komm. Das ist doch nicht wahr, Alter. Aber. Lass mich doch einfach klanken. Da, Flamme. Ist das mal auch für die ganze Zeit abzuhauen? Was für eine Pussy. Alter. Und dann macht er auch noch so viel Schaden. Na, das war dann. Oh. Soll ich zum richtigen Zeitpunkt eingehen? Das würde ich mal sagen. Komm, schau. Noch einmal. Und dann ist weg. Bam. Danke. Sogar ein Level Up. Darauf habe ich gehofft. Und auf zu Sasori. Die Puppen waren ja extremst lästig. Ah, da wäre vielleicht wie oder geil. Vielleicht doch für den Kampf besser. Egal. Ja, das kennen wir auch bereits schon. So. So. Au. Alter. Die Marionetten kriegen halt gar keinen Schaden. So, weg mit dir. Nein. Mann, und dann krieg ich auch noch so viel Chakra, Alter. Aua. Kann ich mal kurz. So. Mach die Nummer eins weg. Marionetten, Nummer zwei fast weg. So. Sie ist weg. Ach, Mann. Oh, Mann. Oh, das hat gut getroffen. Mann. Ja, natürlich. Au. Oh, Alter. Lass mich aufstehen. Nein. Ah. Lass mich doch aufstehen. Verdammt. Muss mich heilen. Oh, Gott. Ach, komm schon. Lass mich doch aufstehen. Verdammt. Ja, Alter. Das lässt so schön bleiben, Bastard. Alter, ich kann mich halt nicht mal bewegen. Jetzt lass mich dich doch einfach treffen, verdammt. Alter, Schwede, what the fuck. Habt ihr das gesehen? Einen Angriff mein ganzes Leben weg. Ach du Scheiße. Wie viel Damage ist das denn? Was blöd. Wir müssen halt jetzt nochmal gegen Daydara kämpfen. Das ist ja richtig lästig. Warte mal. Ich probier mal mit ihm zu spielen. So. Sakura mitnehmen. Mal gucken, was haben wir hier. Venue zu. Der WP. Itemfunde. Kondition. Ja. Nehmen wir die Kondition noch mit. Ach Gott ey. Also die Kämpfe werden langsam viel schwerer. Man merkt das. Das können wir wieder überspringen. Das kennen wir bereits. Weil das kann ich doch gut mit wie gegen ihn kämpfen. Weil. Komm schon, lass mich doch einfach kämpfen. Okay. Gegen Daydara ist das vielleicht ein bisschen lästig zu kämpfen wie hier. Weil er immer abhaut. Er ist auch halb ein Fernkampf aber trotzdem. Kann ich bitte. Das lässt du schön bleiben. Nein. Das lässt du schön bleiben. Oh. Sakura hat mir er gekriegt. Mann ey. Die Attacke ist so richtig behindert. Das lässt du schön bleiben. Alter! Hör auf weg zu rennen verdammt! Daidera, das nervt! Lass es doch einfach sein verdammt! Ich muss auf jeden Fall gleich auch Heidung kaufen. Das beschwörte auch noch die ganze Zeit diese scheiß Spinnviecher. Mann, hör auf weg zu rennen verdammt! Ey, so mache ich ihnen nie irgendwie Schaden. Jaaa! Mann, ey! Mass das schön bleiben, verpiss dich! Komm her, verdammt! Hier ist nun langsam ziemlich auf die Nerven. Ja natürlich! Was ist denn das? Ey! Das nervt einfach nur extremst! Ja, und dann hat das halt auch nur so ne scheiß Reichweite! Oh, das lässt so schön bleiben! Oh, das lässt so schön bleiben! Ah, wenigstens kriege ich Level-Ups dadurch! Jaaa! Ich muss das echt mit Kakashi machen! Das wird sonst nichts! Kann ich irgendwie hier wieder raus? Sion! Nein, das geht nicht! Das ist so behindert, dass das äh äh äh... Ah! Es gibt ne Pause! Nur was bringt mir das bitteschön? Ach, Mann! Jaaa, okay! Wir können den Kampf nicht abbrechen! Das ist... Sau dumm gemacht! Ach, Mann, ey! Wie will man denn vernünftig gegen Fernkämpfer spielen hier? Der eine tut mich mit einem Angriff one-hitten und der andere rennt einfach die ganze Zeit bitter und mit mir überhaupt nicht angreifen kann! Was soll denn der Scheiß? Oh, Mann, ey! Hör auf! Weg zu rennen, verdammt! Gott, ey! Oh, Gott! Stirb doch einfach endlich! Boah! Jetzt komm her, verdammt! Jaaa... Komm jetzt! Du kannst nicht ewig wegrennen, der da war! Ich weiß, du versuchst es, aber du kannst es nicht! Gott, ey! Ah, eigentlich mal vernünftig getroffen! Und nochmal! Jetzt bist du aber langsamer tot! Geht doch! Ey! Alter, war das ein Krampf! Oh, Gott! Nun, dann geht mir vor jetzt schon... 11 Minuten erst! Okay! Ich hoffe mal, das funktioniert gegen... Äh, äh, äh... Ist das so viel besser! Na, ein bisschen zumindest! Jaaa... Jaaa... Ein bisschen funktioniert es! Ach, boah! Ich hab' den Lillab! Kommt her! Das wird dir schön verprügelt! Ich hab' den Lillab! Ich hab' den Lillab! Ich hab' den Lillab! Pfff, die Marionettennerven aber extremst! Nein, das wirst du schön bleiben. Alter. Alter, das macht so viel Schaden. Ja, natürlich. Lass mich aufstehen, bitte. Oh Gott, ey. Das ist doch nicht normal. Das ist einfach nicht normal, Alter. Oh Gott, ey. Ich weiß gar nicht, wie... Komm her. Oh, die Marionetten können ruhig auch was abkriegen. Alter, ja, krass. Wie willst du Glück, dass du das nicht bekommst? Ja, natürlich. Alter! Ja, jetzt. Wer? Wer? Nein, das lässt du schön bleiben. Gott, ey. Alter, das ist einfach nur brutal. Das ist einfach nur brutal. Komm her. Danke. Ach, Gott. Nein! Ey, wieso macht das so viel Schaden? Määäää! Ach, komm schon! Ey, das ist doch nicht wahr, Alter! Was soll ich denn da bitte machen? Kommt schon, Leute, sagt mir, was soll ich da machen? Gott, ey. Sakura. Dann nämlich... Geil, ne? Sag mal. Ey, das ist... Das ist einfach nur brutal. Haben wir irgendwie noch Items? Nicht wirklich. Ähm... So. So. Gehen wir das hier mal aus, schon mal. Ach, Gott, ey. Also, das ist eine richtig lästige Folge heute. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht zu viele Folgen dran hängen. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der Folge schaffen. Okay, jetzt hat's auch noch gelaggt. Das ist ja noch besser. Und nochmal. Komm her. Also, mit Krakashi ist es eindeutig einfacher legen. Weil er mir nicht so leicht abhauen kann. Weil ich nicht die ganze Zeit mit einem normalen physischen Angriff angreifen muss. Und meine Attacken auch treffen. Aber für den zweiten Kampf ist es eindeutig wie besser. Das habe ich gemerkt. Und das ist auch eigentlich der Kampf, der uns Probleme macht. Aber... Wenn ich mit Lee jetzt nochmal der Hidera platt machen muss, dann kriege ich eine Krise. Ach, komm schon. Lass das. Danke. Das war auch schön noch von Folge halt. Ach Gott. Sicher, sicher. Ich weiß nicht, ob ich im nächsten Kampf wieder voll bin. Deswegen. Lieber vorheilen. Also, ich habe gerade übelst zu Glück gehabt. Aber. 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 Darf ich auch mal wieder... Nein, ich darf nicht kämpfen. Okay. Wenn das so ist... Ich darf mich ja nicht mal bewegen. Ey, das ist doch... Na. Komm schon. Na gut, das hat gut Scham gemacht. Ich sollte aber schnell mich heilen. Nein. Ach, komm schon. Lass mich doch wenigstens bewegen. Gott, ey. Das ist einfach nicht feierlich. Und die Steuerung macht es halt einfach nicht besser. Diese Marionettennerven. Das Problem ist, die kaputt zu machen, bringt mir nichts, weil er einfach neue beschwört. Er hat sogar schon neue beschworen. Ey, lass mich doch einfach bewegen, ey. Das bringt mir auch nicht ein Klon zu beschwören, weil der wird ins und auseinandergerissen. Sag ich doch. Ja, natürlich, ey. Ja, das bringt alles gar nichts. Ja, natürlich. Nein, das wärst du schon... Alter, bitte. Einfach nur ein bisschen bewegen können. Und ganz kleines bisschen. Oh, das hat doch noch was gebracht. Ja, dann nimm da. Schwimme doch einfach. Das ist interessant, was das funktioniert hat. Ach, Mann, ey. Lass mich doch einfach spinnen. Verdammt. Also, so wie haben wir auf jeden Fall schon ein Drittel abgezogen ist. Wenigstens etwas. Ich muss nur so treffen. Am besten, bevor mich grillt. Ja, perfekt. Und, nochmal. Fuck. Näckiger. Ach, Mann, ey. Auch mit deinem scheiß Wasserstrahl. Verdammt. Okay, das war ein guter Treffer. Nein, konzentriere dich auf Sasori. Sasori. Oh, Sasori, verdammt. Dieser scheiß Wasserstrahl. Fuckt so ab. Ja, natürlich. Komm, triff. Nicht wirklich. Oh, das hat richtig viel Damage gemacht. Das war richtig heiß. Komm. Ja, endlich. Alter, das war so krebsig. Ich hoffe mal, wir müssen diesen Kampf nie wieder machen. Ey. Oh Gott, ey. Das war so, die Marionetten selbst sind jetzt nicht unbedingt stark. Das macht eher die Menge. Und Sakura hat halt eine Fähigkeit, oder mit ihrem Schlag, kann sie halt im Prinzip mit einer Schockwelle mehrere treffen. Was halt ein extremer Vorteil ist mit deinen Puppen. Und dann sind noch die zehn Marionetten von Oma Chiyo, die den größten Teil deiner Marionetten einsaugen können. Also, ja. Was kommt jetzt? Ah, das war so, wie ich es echt lüstig. Ah, das ist jetzt aufgehalten. Aber da war Gift dran. Ja. Versori, das wirst du nicht schaffen. Naja, machen wir ja schon, Oma Chiyo. Wir schaffen das. Im nächsten Kampf muss ich wenigstens, hoffentlich, nicht gegen die Marionetten kämpfen, sondern nur gegen Versori. Sollte das ein bisschen leichter sein. Ich hoffe ich zumindest. So, dann kann ich ihn echt viel besser treffen, ohne dass ich die ganze Zeit abgefuckt werde. Komm her. Oh mein Gott, das war gerade die übelste. Das wirst du schön bleiben. Und weg nochmal. Zack, zack. Ah, die ist mal nur normal. Naja. Das wirst du schön bleiben. Das kannst du sowas von vergessen. Und zack. Volltreffer. Und direkt hinterher. Ah, natürlich kriegt das nicht. Wäre zu einfach. Eigentlich habe ich das doppelgefühl zu eingesetzt, aber auch gut. Power. Power. Ich brauche eine Schalkrappelle. Danke. Und nochmal. Guck, da merkt man mal, der Kampf ist sehr viel leichter auf diese Weise. Okay, was ist jetzt los? Jetzt kriegt er überhaupt keinen Schaden mehr. Spiel. Ja, natürlich. Das ist cool. Was ist denn hier los? Hallo. Hallo? Spiel? Ey, das ist jetzt nicht wahr. Ich will nicht die ganze Scheiße nochmal machen. Bitte, Spiel. Ey, was soll denn der Mist? Das ist doch nicht wahr, Alter. Was soll denn der Mist jetzt? Ich weiß halt nicht, was ich da machen soll. Ich weiß nicht, was ich dagegen machen soll. Ah, ne, äh, falsche Taster gedrückt. Ich hatte so. Ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Das kann ich mittlerweile benutzen. Cool. Achso, ich kann das aber nicht hier. Ja, du hast nicht genügend Potenzial. Aha. Achso, das hat mir gesagt, ich habe schon überholt. Kann ich das hier draufsetzen? Nee, kann ich nicht. Bin ich trotzdem nicht genügend. Schade. Ähm, mal sehen. Konditionsabsorber. Das muss ich doch ausrüsten können. Ja. Was bringt mir nur leider gar nichts, wenn ich ihn nicht mal angreifen kann. Kann ich mal. Ja, das geht. Aber ich schätze mal. Ah, geht jetzt vielleicht wieder? Jetzt wurde man das Leben angezeigt. Nee, geht immer noch nicht. Ey, was soll denn das Spiel? Wie weit sind wir jetzt schon bei? Wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Ich würde sagen, ähm, ich beende hier die Folge. Irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ernsthaft jetzt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier anstellen soll. Ich kann auch nicht aus dem Kampf raus. Gar nichts. Ach, das ist sauscheiße. Das würde nämlich heißen, dass wir den ganzen Klamauk in der nächsten Folge ebenfalls wieder machen müssen. Und darauf habe ich einfach gar keinen Bock. Äh. Ja, ich versuche bis hierhin wieder zu spielen. Aus-Screen oder sowas. Wenn das wieder passiert, dann, äh, beende ich das Projekt hier. Weil dann stimmt irgendwas mit der ROM nicht. Und das wäre ja auch nicht sinnvoll. Deswegen würde ich sagen, das war's für die Folge. Wenn es euch gefahren hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr mehr von sehen wollt, abonniert den Kanal, achst mit die Glocke. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö.